So, dann hoffen wir mal, dass das Spiel hier besser wird. Auf Arbeit war mir langweilig. Ich habe wieder ein bisschen Machine-Maria-In geguckt und hier an der Bronze-Moment, was die Leute sich manchmal denken eigentlich. Er muss. Wie sollen sonst solche Videos entstehen? Die Stint beginnt bei Red. Das war abzusehen. und wir unbedingt immer wenn man den Schwarz ausbauen ja wohl wohl Blutten Baaaaaah No one ADC till Ellie comes Mhmmm Mhmmm Ja wieder mal klar OH! Glucks Mitte und täglich grüßt das Murmeltier Baaaaaah Al Lol Lola verdanz Das streng heute Alta Schwede Mann Das gibt's nicht Ein Last Tritt nach dem anderen Passe ich hier Ey man Das ist echt nicht wahr Passe ist egal auf welcher Lane im Early Außer im Jungle halt Aber Vom ersten Trip back Last zu hitten ist Cancer Oder warte oben kann ich mir von Spot mehr Okay oder fach den Hegel mehr hoch Komm Warte 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 Okay jetzt Oder Flash out Ähh Ähh Ghost Ähh Ähh Was ist das? Ich kann meine Mana mega uptäden. T-Topp. Ob es nüsst? Olaf hat einen Leiterfeld Alter, das fühlt sich grad echt elendig fort hier Ob es nüsst? Der Olaf hat halt keinen TLP, ne? Oh lol, nie Spotlight Und wie wer ihn überlebt, lol Und ich bin tot Alter Alter Ich bin tot 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 Hotline ist wieder so off guard Die werden tot gegankt da unten, sehe ich jetzt schon Passiv Ich bin tot Mit Bas Oh, die XP ist nackig Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Die ist schon wieder bot Ich hab's gesagt Die werden tot gegankt Ich bin tot Gierig auf die Wäden, ne? Ich bin zu gierig! Weißt du, ich steh hier, die Angst schlägt dir halt wirklich Schaden. Wie verlockend. Oh lol. Ich kann nichts machen, ich bin tot. Das war der Erste. Danke. Kein Ding. Ja, der Olaf, der kriegt mich gerade oben. Noch. Also die Lux ist echt snackable, ne? Die ist echt lecker. Porto Duel. Die will, glaub ich, auch overstayen. Lol. Ja, tatsächlich, Mann, ich. Du, du, ich. Du, du, du. Nein, ich. Ich geh mal an, das klingt nicht. Alter! Ich bin da. Die ist immer noch oben. Die ist immer noch oben. Geh zu deinen Golems. Luchs geht runter. Boah, sind dir gierig auf mich, Alter! Boah, wie schlecht. Boah, ich brauch aber noch zu lang. Alter. Komm schon, komm schon, komm schon. Er holt es weiter, wenigstens. Geht doch wenigstens weiter und assist. Da ist ein Mord drin. Ja. Ach, ich kann, dass das Mord schockt. Wurf! Absolut Wurf! Zweimal geflasht, zwei Ultis. Völlig Banane. Der Luchs fehlt. Ne, da ist sie noch. Boah, von der Fotze krieg ich ne Kompon, die macht mich richtig breit, ey. Kann ja mal anklopfen, freundlich. Die sieht dich noch nicht, doch jetzt sieht sie sich. Und? Und? Ahahaha! Jaha! 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 Ich bin Gira in Gastos! Oh nein! Jaha! Jaha! Ja! Jaha! Jaha! der Boot holt. Krassi, ich komm runter. Hat die wirklich Barrier dabei, ey? Meine. Sollen wir runter gehen? Komm, ich bin dabei, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Okay, ich bin dabei. Alter Luchs hat kein Flash mehr, ne? Oh, Freekill Und Ult und Down Eifer Komm mal hoch Hm Bleib im Treibuch, der kommt dann Tower Danke Was ist das noch? Ja, Shit Hat er mich doch noch bekommen Aber es braucht ja Klopf, klopf Ja komm Boah, hätte ich jetzt gelacht, wäre der mir entgegen geflogen, ey Hätte ich aber mal die große Hand ausgeholt Ja 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 Ein Quartecke. Dragon down So klar Mord hilft Marcel, Blue Ja, warte Ja, Mann Nix Oh, Alter Voll Separates the men's from the boys, oder? Hoppismiss Basti, Basti, Basti Basti Echt, warte ich komm wollte Ach, ich kann mich nicht durch die Mauerer denken, ey Fassen ehrlich Sinn, ne? Er ist grade am Red Pit und geht wieder top lane raus Für den Jams ist er ruhig, ey Warte, nee, nee, warte Ich hoffe, der geht hoch Zu deinem Golem Die machen Dingens, die machen Herald Was, ey Wir übernehmen dann mal Nee, lass, lass, lass ab Ist das ein schwarzer Neger Guck mal, da, ja, ja, da rennt er wieder los Ich glaube, ich komme zum Zuhören Oh, danke So, jetzt über die Lux aber nicht mehr so einfach 3.200 Gold Wann brauche ich lange nicht mehr einkaufen? Titan 200? Ich hatte nur 2.000 Wenn du an deine Grenzen stößt, demoliere sie Eakuliere sie voll So Ich will was gewordet, um was Okay So, jetzt, endlich Nix mehr hier mit Scheiß Barrier Scheiß Escape Scheiß Fiskalt Ich komme mit runter Geh ran, geh ran, geh ran Das ist meiner Oh, untersteh dir, du Wichst Du kannst dich einmal deine dreckigen Ari-Wichs-Griffel von irgendwas lassen, Junge Das Problem ist, ich brauche den Feet, Mann Du brauchst gar nichts, Junge Ich bin schlecht mit Feet, oder was? Nee, aber du brauchst den Feet nicht Du bist so oder so stark Äh, ich wollte anmerken, du standest vorher schon 3.0 3.0 geht ja gar nicht Oder 3.1 von mir aus, das ist mir der Wumper Und Olaf, Olaf war top tot? Ja Ich brauch einer, keine Gangs mehr damit Äh, wie viele Gangs habe ich denn bekommen mit dem Flick? Einen Ja 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 Denk dran, ne Die Gegner sind frei harter Oh, guck mal Oh, da kommt echt nur an Und die haben keinen Tower am Rücken Ich hab halt keine Ult Oh Gott Oh Schädlich Sinn Den hau ich aufreit, das ist kein Problem Ich aber nicht Ernsthaft Ich hab kein Mana mehr Da kam er angeflogen und er kriegt halb von der Ohrfeige und geht wieder weg Der war gut Ich wusste gar nicht, dass das funktioniert, aber gut zu wissen Ich krieg keinen Schaden aber der nie kriegt Schaden Ich hab ein 10 Sekunden Ulti Ja Okay Ach das ist total unter meiner Würde Aber er hat kein Ulti mehr Er hat kein Ulti mehr, ne? Glück war das jetzt kein Gramm Was ist denn mit der Luchs? Woher hatten die halt rum? Ja ich weiß, aber das ist total obviös was der macht Oh lol Ja Luchs, ich hab deine Barrier gar nicht gesehen, ich hab sie nur gehört Oh Gott Geschneckt Ja ja, wir haben doch keinen Flash mehr Wunderfucker Oh Leute, die machen Drake Leute, ich brauch da mal Hilfe Nö Nö Loll Okay Brauchen die sich da verkrömelt? Aber dann können wir den schnell machen Aber dann können wir den schnell machen Ah die, ey wie das Foxfeuer halt immer auf diese schein Krabbe geht, ey Oh ne Alter, das ist mir zu fett Nimm dir mal einen Red Buffeter Wer? Na du Warum? Weil ich gerade auf der Position bin und wir hier fighten 12 Sekunden hab ich tp Oh da wollte er noch den Kick machen Ich hab's gesehen ey Ja Fresh, der Wille war da Einen Daabe ich nicht Ich hab's gesehen Ja kein Geh Ich hab's gesehen Ich hab's gesehen Ich geh mal grad topdrehen Ja Ich geh mal Ich geh mal Okay. holt ihr raus von ihm ah shit Die ist leider weggedasht Loll, wo hast du jetzt die Ven getruttet? Die wollte sich hier backbotten Da steht ein Kander Marcel gut Alter, weißt du was da für ein Damage rauskommt? Dafür kann ich nicht Die fällt euch gleich im Rücken Ich hatte aber kein Flash mehr Hat nämlich seine LCS Flashes gerade benutzt Okay, da geh ich weg Sooo, jetzt haben wir das Was macht denn die Tristana? Ich bin nur auf dem Weg, brauch aber noch ein bisschen Hab Ulti in zwei Sekunden Ich bin fast da Ich bin fast da Ich bin fast da Ja bitte Ich bin tot bye Ey Was ist das? Ah, die Gruppen von Drake Ja, die haben den schon, wenn sie... LOL Äh, das da Hä, ich hol ein Ding nur weg von... Komm, was ist tot? Ich dachte, du wärst mal im Leben Boah, hätt ich die Tristane jetzt tot geflamed dafür, dass die Fresh ge... äh, die Lux gekillt haben Die müsste halt nicht besser, da muss man erst recht die Backen halten, Alter Was denn? Ich hab gar nichts gemacht Oh, guck mal, da ist eine Weih, die hat Ulti und Q ready Was mach ich denn? Der hat noch 10 AP Ah, ich mach mal, ich helf mal, ich hau mal einen Q drauf Äh, ich wollt beteiligt werden, man Ja, äh, dann kannst du eine Auto-Attack machen, das reicht auch Mein, äh, mein, äh, Auto-Attack ist aber kürzer Das ist mir egal, wie du das machst Dann musst du halt flashen oder ulten, keine Ahnung Haha, flashen für einen Auto-Attack Haha Bitte sehr Kriegen sie es hin, oder? Ja, nicht so Mann, bin ich nicht zu dem Markt Das ist keine Ulti für die Wehen, ey Okay, die gammelt da noch ein Busch Bleib mal ruhig für ihn, Alter Was soll denn das? Komm mal da, da ist eine Lux Oh, ich seh gleich alle Richtung Gegner Nexus verschieben Nur um die Lux zu greeden Oh, guck mal, was denn was Die Barrier interessiert aber auch Absolut niemanden mehr Man hat sich vorhin gemerkt, wo das gerade gepasst hat mit meiner Passiven Und ich hau mein E drauf Da hat sie einmal die Barrier gejustet Dann ging's bump Du hast die gar nicht gesehen Oh, dieses Kugelgeschmeißer auf den Nast-Hit, ey Was ist mit dem Lee? Ist mir doch scheißegal, der Blue Ja, komm, geh da hinten Houdini Schiss hast du, Junge Die braune Schleifspur wird immer größer Boah, ich hätt' dich jetzt so reportet, als hätt' du da noch ein Q draufgeschmissen Oh, shit Schade, dass der da gepflegt hat Schade, dass der da nochmal ein Kugelgeschmeißer hat Schade, dass der da hinten Was ist mit dem Lied? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also, dass ich da noch mal lebend rausgekommen bin. Hast du das gesehen, was ich gemacht habe? Flash raus, genau in die Laterne halt vom Flash rein, damit ich ganz hinten wieder rauskomme. Die Vayne flasht gleich wieder raus. Wollt ihr benden oder wollt ihr Baron machen? Oder Top? Macht erst mal die Vayne, wenn die noch mal kommt. Die hat keine Summoners mehr. Ne, komm, komm, komm. Baron, Baron. Was ist jetzt los? Oh, die Wand gerutscht. Wieso? Weißt du, da hast du Games wie eben, wo du dich durchkrakehlst und so ein Scheiß, ne? Und dann hast du sowas hier. Ja.